Es war einmal eine Pizza auf dem Weg zum Supermarkt. Als plötzlich... Boah, ist ja ekelhaft! Boah, ist ja... Boah, bitte tu mir nichts. Ich bin eine Pizza und komme in Frieden. Boah, eine Pizza, dass ich nicht lache. Doch, ich bin nur von einem Auto vollgestunken worden. Ich werde dir schon helfen. Das war's dann wohl. Ciao, Bella, geliebte Welt. Piuu! Ui, Dankeschön! Und jetzt mache ich lecker Pasta für dich. Mh, lecker! 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 Vielen Dank.